Hi und liebe Grüße hier von zu Hause, mal nicht aus meinem Büro, denn es ist Montag und Montag ist normalerweise so mein freier Tag, aber das wollte ich euch dann doch nicht vorenthalten und zwar könnte jetzt der perfekte Moment für euch sein, euch die Oculus Quest 2 zu besorgen, denn Oculus hat momentan eine Promotion-Aktion und zwar bei Amazon Frankreich könnt ihr euch die Oculus Quest 2 für 349 Euro besorgen, das ist der normale Preis, aber on top gibt es ja noch einen Gutschein, einen 50 Euro Gutschein für Amazon Frankreich und dann könnt ihr euch zum Beispiel gleich Zubehör dazu kaufen, zum Beispiel ein schönes Headstrap oder was es auch immer gibt, da gibt es wirklich viel Zubehör. Ja, die Quest 2 ist momentan so das perfekte Headset für VR-Einsteiger und auch sogar für VR-Profis, denn das Ganze ist kabellos, man braucht keinen Computer, um damit in die virtuelle Realität hinein abzutauchen, ja, sondern einfach nur dieses Gerät und das war's, aber wenn man einen Computer hat und man möchte PC VR-Spiele spielen, dann geht das auch. Das Gerät wird in Deutschland leider nicht verkauft, weil es da ja große Probleme gab, denn man braucht ein Facebook-Login, hier es gibt einen Facebook-Login-Zwang und deswegen habe ich das Gerät bis jetzt nicht empfohlen, aber da tut sich was und zwar habt ihr schon mitbekommen, dass Facebook sich oben benannt hat nach Meta und ab nächstem Jahr wird so sein, dass man dann auch keinen Facebook-Login-Zwang mehr haben wird bei der Quest 2 und das muss ich sagen, das finde ich wirklich gut und deswegen kann ich jetzt auch die Quest 2 empfehlen und jetzt hat es gerade hier gestellt. Ja, so ist das, wenn man mal ein Video zu Hause macht, genau. Ja, also kein Facebook-Zwang mehr ab nächstem Jahr, man kann dann auch, auch wenn man jetzt halt mit Facebook sich einloggen machen muss, kann man dann seine Spiele auf den neuen Account übertragen, das wird wahrscheinlich ein Meta-Account sein, ein spezieller Account, da muss man natürlich auch noch schauen, wie das mit der Firma weitergeht mit Meta, was sie da genau machen mit den Daten, aber ich bin jedenfalls schon mal froh, dass nicht mehr der Facebook-Zwang sein wird und ja, dass man dann einfach den sozialen Login hier nicht hat. 349 Euro plus 50 Euro Gutschein, meiner Meinung nach ein super Angebot und ich kann euch das Gerät absolut empfehlen, eines der besten vorher Headsets, was es momentan auf dem Markt gibt und wie gesagt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen. Für die 350 Euro bekommt ihr die 128 GB Version, das ist groß genug, da könnt ihr Medal of Honor installieren und viele andere tolle Spiele, also meiner Meinung nach lohnt sich das. Ja, vielen Dank an Repu, der hat mich auf diesen tollen Deal aufmerksam gemacht und ja, der Link zum Deal unten in der Beschreibung, das ist ein Affiliate-Link, wenn ihr über den die kauft, dann verdiene ich ein bisschen Provision, für euch tut sich da nichts am Preis, also immer noch genau dasselbe Angebot und ja, ich würde mich natürlich über die Unterstützung sehr freuen. Das war's für dieses Video, lasst mal den Daumen nach oben da, wenn ihr das gut fandet und schreibt doch mal in den Kommentarbereich, ob ihr die Quest 2 habt, ob ihr sie empfehlen könnt und allem und allgemein eure Gedanken dazu. Das war's, bis bald, ciao! 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 Vielen Dank.